Team Photos 2 Team Photos 2 Team Photos 3 Er ist ziemlich langsam deswegen, also er ist wirklich eigentlich zur Verteidigung geeignet nur, aber man kann ja spielen wie man will in diesem Spiel, wie bereits bei anderen Klassen erwähnt. Und wie ihr seht, er dealt auch wirklich sehr viel Schaden mit seiner Minigun hier. Normalerweise hat er ein anderes Model als Minigun, das ist hier nur ein Reskin, hat dieselben Stats wie die normale Minigun. Und da kann man einfach sagen als Heavy, die normale Minigun, also die Stockwaffe vom Heavy ist so ziemlich die beste. Also wenn ihr da so eine neue Waffe von dem anlockt, dann würde ich da nicht gleich mich drauf stürzen, sondern wirklich erst mit dieser Minigun ein bisschen rumspielen. Sie ist ordentlich, sie ist simpel kann man sagen und sie hat halt kaum Nachteile. Also sie hat diesen ziemlich langsamen Auflade, was für ein Arsch war das denn hier, weil der hat gerade mein Partner hier das Sandwich geklaut. Hat diesen Spin-Up hier, könnt ihr mit rechts aktivieren, rechts klick, damit ihr schon ein bisschen prepared seid für Gegner. Und wenn ihr das nicht tut, müsst ihr halt, wenn ihr gerade auf Gegner trifft, wieder aufladen, was halt einen enormen Nachteil bringt, wenn ihr gerade auf einem anderen Heavy trefft. Weil da ist halt wirklich das Timing entscheidend. Und es sei auch so, das meiste gesagt zu dieser Minigun ist halt so eine Standardwaffe, kann man sagen. Ist auch mit dieser SMG vom Sniper oder mit der Pistel auch eine der wenigen Waffen, die wirklich so Maschinen-Gun-mäßig ist. Also hier gibt es nicht wirklich viele Maschinen-Guns, die wirklich viele Bullets auf einmal bringen. Ja, wie bereits gerade gesagt, dieses Sandwich habe ich als Sekundärwaffe. Ist so eine mobile Nahrungsquelle, also kann man benutzen, um sich selber zu heilen oder einen Teamkameraden, wie ich gerade versucht habe, meinen Medic zu heilen vorhin. Was aber dieser Pyro gerade verhindert hat. Ist eines der wichtigsten Items als Heavy, kann man so sagen. Also, wenn ihr dieses Item anladt, dann würde ich es auch gleich ausrüsten, weil es ist wirklich sehr nützlich. Hallo, Sniper, was machst du denn hier? Äh, immer Crazed Killer, wird mir gerade gesagt. Sehr schön. Also ist wirklich sehr nützlich. Normalerweise hat der Heavy so eine Shotgun als Sekundärwaffe und als Heavy benutzt man die halt ziemlich selten. Also, davor, äh, stürzt man sich eher auf seine Minigun als Heavy, kann man sagen. Und als Drittwaffe, als Melee-Waffe habe ich hier meine Gloves of Running Urgently. Mit denen kann man, wie der Name vielleicht schon sagt, kann man halt einfach schneller rennen, während man die draußen hat. Der Nachteil davon ist, dass man Quit-Schaden nimmt, während man die draußen hat und für den kleinen Zeitraum danach, und ich bin dann 2, wird mir gerade gesagt, von meinem Medic. Sehr nett. Äh, ist auch ein ziemlich common item, also ein ziemlich normales item für den Heavy. Das benutzen wirklich viele Spieler, weil es halt ziemlich nützlich ist, da der Heavy schon ziemlich langsam ist. Es ist die langsamste Klasse im Spiel. Und dafür, also deswegen auch sehr anfällig für Spice und Sniper. Und das kann halt so ein bisschen ausgleichen, dass damit du kriegst mein Sandwich. Ja. Also wie ihr gerade gesehen habt, kann man es einfach droppen für seinen Partner, um den ein bisschen zu heilen. Gerade für so Medic-Heavy-Kombos ist es sehr nützlich. Und, äh, so eine Heavy-Medic-Kombo ist halt auch ziemlich gefährlich. Also wirklich sehr tödlich. Wenn ihr da drauf trefft und gerade ein bisschen unerfahren seid, dann würde ich da schon lieber wegrennen, als den wirklich anzugreifen. Da muss er schon ein paar Tricks auspacken. Und hier rageln, hier hagelen gerade die Domi, 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 Dominierungen. Äh, es sind auch nur drei Spieler im Gegner-Team-Store, mir gerade ein bisschen leid. Es waren auf jeden Fall mehr vorhin. Wir fallen hier rein. Wir haben gewonnen, die Runde. Äh, ja. Hat Spaß gemacht, die Runde. Hat uns nichts wirklich aufgehalten. Ja, so ein bisschen Basic-Heavy-Gameplay mit meinem normalen Loader, den ich Stunt immer benutze. Mein Partner fällt hier in die Grube, sehr schön gemacht. Super Stunt, kriegst den Punkte von mir. Jetzt sind wir auch schon im Verteidigungsmodus. Und, äh, da könnte ich auch gleich mal das Loadout wechseln, weil ich will hier ja nicht nur das eine Loadout zeigen. Gerade wenn so wenige Spieler da sind, dass ich ein bisschen demonstrieren kann. Ähm, da gehen wir einfach mal ins Menü. Hier seht ihr mein normales Loadout, Iron Curtain, Festive Sandwich, Festive Gloves. Äh, dann müssen wir einfach mal das zweite hier, mein Mafia-Heavy-Loadout kann ich so, sag ich mal so. Haben hier die Tomislav, die Strange Family Business und meine Killing Gloves of Boxing. Und damit das auch wirklich hier ankommt, das Loadout, muss ich gerade mal zu dem Schrank kommen. Äh, dann wechselt sich das erst und hier schreibt mir irgendjemand gerade was. Ihr seht schon, wenn ich diese Handschuhe rausnabe, laufe ich leider nicht mehr schnell. Und da kommen wir später dazu. Also erstmal haben wir hier diese normal, also diese Tommy's Love heißt die. Ähm, ist so eine typische Tommy Gun, kann man sagen. Also in dem Stil gehalten. So 50 Jahre Mafia-Filme. Der hat diesen schnellen Spin-Up, also ihr könnt gleich schießen. Äh, ja, genau. Ja, sagt mein Medic hier, Medic. Mein Verbrecher-Medic. Äh, also ihr könnt wirklich schnell schießen. Ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, damit ihr, dass ihr da wirklich, äh, auf Gegner treffen solltet, wenn ihr unverbreitet seid. Das Problem ist halt, die wurde, äh, ziemlich genervt mal. Also die war mal extrem gut. Die hat fast jeder Heavy benutzt. Äh, aber jetzt ist sie halt, jetzt hat sie diesen Buff bekommen, dass sie weniger Schaden macht. Und, ähm, ja. Das ist halt so eine typische Waffe, die zwar schneller ist, aber weniger Schaden macht. Das existiert ja ziemlich oft in solchen Spielen. Aber das ist mir auch sowas von egal jetzt gerade, weil ich ja diese Pocket-Medic hier hab. Und, ähm, ja, von dem her ist das eigentlich ziemlich egal. Als zweite Waffe haben wir diese, äh, wie heißt die, Family Business. Das ist einen Shotgun, kann man sagen. Ist für ein Heavy ziemlich nutzlos wie ich hinde. Die macht weniger Schaden als die normale Shotgun. Hat aber dafür mehr Clips im aktuellen, ähm, im aktuellen Magazin. Acht Clips sind das, normales Inseks. Und, äh, ist ja nichts Besonderes eigentlich. Also, ich rate euch eher davon ab, die zu benutzen ist wirklich ziemlich schlecht. Ich wollte es halt nur mal demonstrieren, dass der Heavy nicht schon diese Sandwich hat. Und wenn ich sich die Gelingheit finde, da können wir ja auch gleich mal diese dritte meine Melee-Waffe zeigen. Ja, du suchst dir lieber einen Health-Pack hier. Ich hab leider keinen Sandwich mehr. Äh, diese Killing-Clothes of Boxing, äh, Boxing, ähm, das sind halt so einfach so Handschuhe. Die schlagen langsamer zu. Aber wenn man dann mit jemandem tötet, dann hat man für 5 Sekunden garantierte Quits. Also, damit macht man wirklich massiven Schaden, an der Heavy. Vor allem, kommen mit diesem schnellen Spin-Up von dieser Thomas Love, ist das ziemlich gut. Ich kann's hier halt leider ein bisschen schlecht zeigen, weil hier nur schon zwei Spieler im Gegnerteam sind. Und, äh, ich glaub, wir wechseln auch gleich mal den Server, wenn wir hier, äh, nicht so viel machen können. Nach der Runde. Und ich bin im Attack-Modus. Na gut. Äh, na gut, dann sagen wir's halt mal im Attack-Modus. Ich kann's ein bisschen gegen meinen Kumpel hier aufrüsten, aber das ist dem eigentlich sowas von egal. Schreibt er, Medics in Pubs OP war auf mich fix. Das ist zwar ziemlich, äh, so. In Pubs spielt so ziemlich niemand Medic. Das muss man hier mal sagen. Es tut mir auch leid. Dass ich jetzt in dieses Gegnerteam gechanged wurde. Das ist ziemlich kacke. Ja, der will mich hier echt tot sehen, mein Freund. Äh. Ich glaub, wir vermiesen das ein bisschen. Jetzt. Kart will not push self. Also, da kann man auch gleich mal anmerken, grad wenn's so wenig los ist. Der Heavy, der ist ein Russe. Also, er kommt aus Russland. Ist so ein typischer Klischee. Russe, also aggressiv drauf. Äh. Hat einen strengen Akzent. Und, äh, ja. Er ist so, kann man sagen, das Aushängeschild von Team 4. Also, er ist auf jeden... Also, auf diesen Box-Art ist er drauf. Hier, Melee-Battle mit Chart. Da seht ihr, krieg ich diese Crits. Äh, ja, er ist auf diesem Box-Art von dem T4-D2-Package drauf. Ganz fett mit seinem Gesicht. Und, äh, warf... Mag, glaub ich, da auch den Heavy am meisten so von den Klassen. Kommt man... Bekommt man so mit. Und er wird immer als ziemlich dumm dargestellt. Also, in der Community wird er als ziemlich dumm, als freundlich, als, äh, Liebhaber von kleinen, kuscheligen Dingen und so dargestellt. Aber es stimmt nicht mal. Also, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man eigentlich... Dann findet man raus, dass der Heavy, der hat eine ziemlich, äh, traurige Vergangenheit. Und der ist auch ein ziemlich ernster Charakter, den man nicht so einfach so verarschen sollte. Und der tötet mich jetzt hier mit seinem Crit. Äh, das ist ein bisschen untergegangen in der Community. Also, das war mal... Der Heavy ist halt wirklich... Ein ziemlich ernster Charakter. Also, ja. Also, genug davon jetzt auch. Also, er ist Russe, kann man so sagen. Ja, Russe. Er ist ein Russe. Ein strenger Russe. Äh, ja. Wie ihr seht, sind wir im Angriff im Blutteam. Für drei gegen zwei ist halt ein bisschen langweilig. Gerade wir jetzt wechseln auch gleich hier im Server. Wenn die Runde jetzt zu Ende ist. Wir probieren ja auch jetzt gleich absichtlich. Puschen nicht das Kart. Und... Was willst du denn hier? Oh Gott, ich hab mich getroffen. Also, ich muss mal ernsthaft sagen, hier mein Heavy-Aim ist extrem schlecht. Ähm, also, ich weiß nicht... Oh Gott, nein. Ja, komm, mach bitte. Nein. Ach, komm. Okay. Äh, wir wechseln den Server. Also, einen Augenblick bitte. So, hallo, hier sind wir wieder. Und, ähm, tut mir leid gerade für den Unter... Äh, für die, äh, Unterbrechung. Ich hab einfach mal den Server gewechselt, weil... Drei Spieler, das ist halt ziemlich scheiße schon. Ähm, wir sind hier wieder auf dasselben Map, nämlich auf Badwater Basin. Ich hab ja gerade eben Payload, äh, Goatrush gesagt. Das war nämlich falsch. Wir sind auf Badwater Basin. Ähm, das ist eine komplett andere Map als die, die wir in Meet the Pyro, ähm, gezeigt haben. Es ist zwar immer noch Payload, aber... Das hast du nicht gemacht. Äh, ich würde dir sehr gerne helfen, weil ich hier leide kein Sandwich. Ähm, wir verziehen uns lieber mal. Wir haben den schönen Sticky-Spammer. So, zieh dich. Da, push, damit seine Crits kriegt einfach alles. Es geht ja ganze Gegner-Team weg. Das gefällt mir doch sehr. So, ihr habt da keine Chance gegen mich. Ihr verzieht euch lieber mal wieder in die Phase und der Spy hat mich noch gekriegt. Fuck, das war ein bisschen zu viel. Na gut, okay. Okay, da ihr schon dieses ganze Loadout hier von mir ein bisschen gesehen habt, dann wechseln wir nämlich gerade mal ein bisschen. Zu meinem, wie ich finde, etwas nutzlore so ein Loadout. Wenn, falls es mal gehen sollte hier. Ja, los, hopp, hopp. Will nicht. Hallo. Hopp, hopp. Ja, das sind so Probleme, weil die Fondes 2, da müsst ihr euch ein bisschen dran gewöhnen, dass ab und zu mal das Loadout ein bisschen abbricht. Ja, da gewöhnen wir sich auch dran. Ja, versuchen wir es mal halt. Aber trotzdem ein bisschen was dran kommt. Na gut, dann spielen wir halt ein bisschen hier weiter. Ähm. Ja. Ist auch ein bisschen wenig zu kommentieren. Äh, wie ich bereits gesagt habe, also in meinem Demoman-Video habe ich ja bereits erwähnt, dass Heavy meine absolute Klasse ist, die ich am wenigsten spiele. Und ich frage mich auch gar nicht, ich frage mich auch warum, also, sorry, es tut mir leid. Äh, ich frage mich auch warum, denn eigentlich mag ich den Heavy, ich mag ihn eigentlich ziemlich, also, ich finde ihn, ich finde ihn jetzt wirklich wirklich extrem, ähm, spannend zu spielen. Also, es ist wirklich nur dieses rumlaufen und dann mit der Mini-Gang ein bisschen draufhämmern. Ähm, er ist auch nicht dahinter, aber ich finde es jetzt viel lustiger als mit dem Demo oder mit dem Engine ein bisschen zu spielen, so, kann man sagen. Okay, kriegt man nicht. Ähm. Ähm, ja, ich spiele halt irgendwie selten als Heavy und ich kann es mir natürlich nicht erklären, also, wenn ihr den Grund kennt, dann schreibt ihn mir. Vielleicht ist es sogar der, dass er einfach langweilig zu spielen ist, so ein bisschen, also. Na gut. Geht jetzt das Loadout? Es müsste gehen. Da haben wir zum einen, mein Steve Jobs hier, Steve Jobs Heavy, kann man sagen, mit seinem Trattleneck und meiner Gate Glass. Haben wir einmal die Strange Natasha. Die Natasha ist so eine Waffe, die benutzt fast niemand, der wirklich aktiv mit Heavy spielt. Und hier hängt es ein bisschen gerade wieder. Ähm, spielt fast niemand, der wirklich aktiv mit Heavy spielt, habe ich gerade gesagt. Ähm, diese Waffe verlangsamt Spieler. Hat dafür aber den extremen Nachteil, dass sie weniger Schaden macht. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass es wirklich niemand spielt, weil diese Waffe ist nur dafür geeignet, Scouts und Eventual Rocket Jumper ein bisschen abzudämpfen. Sie ist wirklich nervigend, wenn man Scout spielt, aber sollte man auf den gegnerischen Heavy treffen, dann hat der meist die Überhand. Weil der halt einfach weniger Schaden macht. Und das ist ziemlich schade. Da gerade die Minigun wirklich dafür ausgedacht ist, wirklich nur extrem Schaden zu machen, gerade in so einem riesigen Gegnerfeld. Und da, dass ihr jetzt hier sah, haben wir keine Chance, weil dieser Heavy einen Medic hat und die Minigun. Da verziehen wir uns lieber. Ähm. Ne, doch, wir haben es sogar noch geschafft. Gerade mit der Unterstützung vom Scout. Sehr schön, hier macht Scout. Wirklich super Teamwork. Ähm. Wie ihr seht, wir verlangsamt Scout einfach wirklich extrem. Und das ist halt der Hauptgrund dieser Waffe zu benutzen, um Scouts ein bisschen einzudämpfen, weil die schon extrem nervig sein können, gerade in so offenen Feldern. Aber mehr ist auch nicht dahinter in dieser Natascha. Ich wollte sie einfach mal zeigen, weil sie halt echt diesen eigenartigen Effekt hat. Aber es war auch ein bisschen genug geredet hier über die Natascha. Ähm. Die meisten habe ich es nicht, weil diese Waffe ist sowas von nutzlos, wirklich. Also, äh, ich würde es nicht empfehlen, sie zu benutzen, auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf überhaupt keinen Fall. Kein einziges Mal. Vor allem, wenn ihr ein Medic im Team habt, so wie ich gerade, nämlich sogar ein bisschen Pockets hier. Äh, also, wirklich. Ähm. Der Locus war wirklich, ähm, braucht ihr nicht. Das ist wirklich ziemlich nutzlos. 50 HP sind nicht gerade viel und, äh, das macht auch beim Heavy nicht viel mehr aus. Ich beziehe mich hier nebenbei, da kommen die ganzen Gegner an. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ciao. Leute, das regiert ihr alleine. Dankeschön. Ähm. Da oben ist ein Demoman, der uns vom Snarker ein bisschen einhalzen wollte. Ich würde dir sehr gerne dieses Type-Up, aber ich kann es leider nicht, es tut mir leid. Äh. Na, da ist ein Dispenser. Und wir haben ein Verbindungsproblem. Fuck. Äh. So, Leute, wir sind wieder da, tut mir leid. Das war mein Internet, also es lag nicht am Server. Mein Internet hat manchmal, um, ich weiß gar nicht, wie flu es ist. Ich glaube, eins muss es sein, diese Verbindungsabbrüche. Und das war halt einer von diesen. Habe ich halt eben neu gejoint, tut mir leid. Ist nichts passiert. Damit ihr seid. Ähm. Ja, also, wir haben ein bisschen genug geredet über diese Natasha und über diesen La Locus Bar. Deswegen können wir ein bisschen über meine Midi-Waffe reden. Das sind nämlich diese, ähm, Eviction Notice heißen die. Und falls mich dieser Spy bitte in Ruhe lassen könnte, dann wäre es auch sehr, extrem nett. Ähm. Diese Eviction Notice sind, ähm, wie kann man sagen, Schlagringe. Und die machen, die sind schneller im Angriff. Also die machen wirklich Push, 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 Push. Anstatt diesen Push, Push, Push vom Heavy, den man normalerweise macht. Und wie bereits gesagt, mit dieser Tomislav, äh, dass schnelle Waffen weniger Schaden macht. Das gilt auch hier. Also die machen wirklich weniger Schaden. Und das war's auch. Also, da gibt's auch nichts zu sagen zu diesem, äh, Schlagring. Deswegen benutzen die die meisten auch nicht. Und der Typ nervt mich extrem, grad mit seinem gebufften Diamond Bag, der ja extrem gebufft wurde im letzten Update. Ähm. Da gibt's auch nichts zu sagen. Also deswegen wechsle ich auch mal wieder das Loadout wieder, weil die, wie ich bereits gesagt hab, ist dieses Loadout ziemlich scheiße. Also, ich zeig das euch nur, um ein bisschen zu demonstrieren, dass der Heavy auch scheiß Waffen hat. Wie man so gesehen nicht benutzt. Und wenn wir mal das Loadout wechseln können, das wäre auch extrem nett. Aber hier ist anscheinend irgendwie ein Bug wieder los, damit das nicht geht. Und, ich hab keine Ahnung, welcher das ist. Bist du ein Spy? Du bist kein Spy. Und ich hätte mich lieber um diesen Kack Heavy kümmern müssen. Was ist los? Warum kann ich meinen Loadout nicht wechseln? Hallo? Bist du da? Loadout? Wie wär's mal? Was ist das hier? Ich will das nicht. Loadout, da ist doch Heavy. Kosmetik. Ja, Kosmetik ist mir scheißegal hier. Mich hat den Flair. Mein Gott. Äh. Gehen wir zurück auf meinen Standardloader, da bin ich echt besser damit. Ähm. Wir verlieren hier. Gerade. Ein bisschen. Weil mein Teamkamerade im Chat ja schon angemerkt hat, wir müssen wirklich diesen Spy aufhalten. Der macht uns gerade ein bisschen scheiße kaputt. Und ich bin tot. Leute, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin tot. Wir haben verloren. Und dieser Spy hat uns wirklich ein bisschen genervt in der Runde. Ähm. Wenn sowas rumläuft, dann kann man ein bisschen schlecht zeigen, Heavy. Na gut. Das soll halt so sein. Was soll's. Und die Map wechselt. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Und hier sind wir wieder auf Dust Bowl mit dem Heavy. Und meinem Standardloadout. Äh. In unserem Team ist dieser Spy, der mich gerade die ganze Zeit genervt hat. Und er lacht mich aus. Das finde ich ja sehr nett. Vielen Dank. Kannst mich auch highfifen. Das sieht nicht so aus. Was für ein Arschloch. Ich mag den nicht. Okay. Ähm. Ja, wir sind auf Dust Bowl. Ähm. Im Angriff. Auf der ersten Map. Linie. Kann man sagen. Ich cut hier mal ein bisschen. Bis gleich. Und wir sind wieder da. Hallo Leute. Die Mission beginnt in 5 Sekunden. Und mein Medic hat mein Übercharge. Bzw. ist auch extrem geil, wenn er mir den geben könnte. Hallo, bist du da? Oh Mann. Ach, lief. Was hast du gemacht? Wo warst du? Wo warst du? Wo bist du, wenn du mit dich brauchst? Und? Wem hast du? Okay. Jetzt mal wirklich. Wenn du dieses Video siehst, dann will ich von dir klar wissen, wem du diesen Übercharge gegeben hast. Äh. Wirklich, also mal ehrlich, wem du diesen Übercharge gegeben hast, das wäre sehr lieb, wenn du dir das mal sagen könntest. Dann gegen so ein Demo-Spam mit einem Kackstick-Sticky Launcher kommen wir als einleiniger Heavy nicht wirklich an. Hier ist niemand, da können wir die Käpt'n los, Leute. Käpt' Wir haben den Point gecapt' Oh, oh, es lief schon wieder. Und warum hilft mir kein Medic hier? Los, hilf mir. Dankeschön. Das machst du gut. Jetzt können wir weiter hier. Äh, ich glaub, diesen Teil von der Map habt ihr noch nie gesehen, weil ich davor immer auf den anderen zwei Teilen war. Deswegen seht ihr jetzt auch immer hier das Buch an der anderen Seite. Das ist halt, wie gesagt, die erste Teil von der Map und die haben mir einen Speedcap gemacht, doch als Heavy. Freut mich sehr. Hallo, Scout, du kannst mir. Komm her, Scouts. Komm her, Scout. Ach, Scheiße. Ich traue. Fickt euch, Leute, das war mein Scout. Ähm. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Es irritiert mich gerade ein bisschen, dass wir hier so komisch spielen. Ähm. Ich hoffe, ihr seht einen kleinen Eindruck vom Heavy. Weil, ähm. Wenn ich diese Videos auch fortsetze, also nicht wirklich mit, äh, hier Erklärungsvideos, sondern wirklich mit dem Kommentar. Da habe ich nicht so oft war, als Heavy zu spielen, weil ich finde es halt einfach langweilig. Also, mich ödet es schon ein bisschen an hier, mit der Heavy-Ninigan so ein bisschen rumzuspammen. Da spiele ich wirklich viel lieber als Soldier oder als, ähm, keine Ahnung, Pyro finde ich sehr nett. Aber, naja. Mäh, näh, hallo, Medic. High-Fives sind schwer auszuführen, Leaf. Wirklich. Dankeschön. Verbrecher. Äh, wenn's gerade so hier im Setup-Modus ist, da kann ich euch ja ein bisschen näher aufklären, was hier diese Voice-Comments sind. Hier habe ich nämlich drei Knöpfe. Einmal hätte ich Z, da kann ich so Medic rufen, obwohl das kann man auch mit E machen. Bzw. kann ich Danke sagen, das mache ich meistens. Da hätte ich hier C, da hätte ich, könnte ich Help rufen. Also, Hilfe bringt nicht viel. Also, ganzen Voice-Comments bringen angeblich, also anscheinend, bringen nicht wirklich viel im Allgemeinen, weil da wirklich nie mehr draufhört, außer bei Medic, da kommt so ein kleines Zeichen über Medic-Kopf, dass man Medic braucht. Aber es sind halt einfach lustig, um diese ganzen Lines mal ein bisschen zu hören von den Charakteren. Warum hilft mir, lief nicht. Alter, los, was ist mit dir los? Ganz ehrlich. Okay. Ich weiß, du willst kein Pocket-Medic sein, aber müssen wir jetzt durch. Zumindest hast du die normale Mega an, schon mal gut. Da oben ist wahrscheinlich eine Sentry, so wie immer. Das kann man sich so ein bisschen merken, wenn man auf Dust Bowl spielt. Da stehen immer Leute, die spammen einen immer zu und da küsinnen immer Sentries. Deswegen gehen wir da lieber nicht hin. Und wenn dieser Demo mehr aufhören würde, mit seinem Kackstickies zu spammen, das wäre auch sehr nett. Hallo Pyro? Pyro? Pyro, Pyro, Pyro. Pyro, 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 Pyro. Wow. Mein Aim. Mein Aim ist wirklich... Ich komme ja Captain Point. Und der gehört mir, der Heavy. Ähm. Hallo Heavy, du kriegst mein Sandwich. Nimm es. Dem ich Idiot. Okay, ähm. Ja. Was könnte ich sagen? Ein Pyro. So, ähm. Millie hilft mir ein bisschen, hat seinen Übercharge bereit gehalten, mit dem man mich unverhundbar machen kann. Da ist kein Spy. Das kann man sich auch merken, da ist immer ein Spy drin. So ziemlich immer. Die sich da immer gern verstecken, weil da nie jemand checkt. Ähm. Und wenn du jetzt den Übercharge... Genau. Das wäre sehr nett. Das ist eine Sentry, da ist keine Sentry. Und der Pyro nervt mich. Geh weg, Pyro. Magic, komm her. Captain, Punkt. Ach, Leute. Leute, Leute, wirklich Leute. Okay, machen wir meine Schuld, aber Leute, wirklich Leute. Ernsthaft, Leute. Ähm. Ja. Gerade diese Killing... Äh, nee, Killingloves, also diese Gloves of Running. Und schon die sehr gut geeignet, um mal wieder an die Frontlinie zu kommen als Heavy. Wenn kein Engie da ist, der einen Teleporter aufgebaut hat. Thank you. Okay. Da kommt wieder der Demoman. Wir gehen lieber hier durch. Nein, da ist kein Spy. Da unten ist ein Pyro. Hallo, Pyro. Oh, fuck. Da kommt ein Über. Da geh ich lieber weg. Wo ist der Demoman, wo ist der Demoman, wo ist der Demoman. Ich seh kein Demoman. Lieb, was ist mit dir los? Nimm das Sandwich. Los, hopp, hier. Ja. Gut gemacht. Was ist mit dir los, hey? Ganz ehrlich. Hab, lieb das doch so flüssig bei dir. Und jetzt, was ist da los? Was ist da passiert? Da ist eine Sentry. Das ist, äh, wie erwartet steht da eine Sentry. Die kriegen wir nicht klein, auch mit diesem Über. Und wir sind sowas von tot. Nein, sind wir nicht. Ähm. Da muss ich auch so ein bisschen gefasst machen drauf, dass da immer eine Sentry steht. Oder ein Sentry nest. Und dieser Demoman regt mich sowas von auf. Demoman haben kein Skill. Das ist jetzt gesagt. Das ist so. Gut. Demoman haben kein Skill. Ihr seid alle Loser. Ich mag euch nicht. Ciao. Ja, hier, Medic, komm her. Nimm mir diesen Teleporter. Leute, wirklich. Ähm. Bei diesen Sentries, die da in der Ecke stehen, lohnt es sich halt immer, von oben durchzukommen. Oh, das war gerade ein bisschen blöd. Deswegen gehen wir zurück. Komm her, Medic. Ähm. Hier steht kein Spy. Nein. Hallo, Soldier. Fuck you, geh weg. Warum kann ich nicht... Ach, komm. Das ist ja gerade ein bisschen awkward hier mit dem Heavy. Stupid, stupid, stupid. Was sagt er schon? Finde ich nämlich auch gerade. Die Klage ist ein bisschen blöd gerade hier. Hallo. Fuck you. Warum weiß der Pyro, wie man Airblast benutzt? Solche Pyros wissen das normalerweise nicht. Oh, kann das sein, dass Tiggies nicht mehr einsetzen. Tut mir ja leid. Okay, ähm. Medic. Leaf. Leaf, wo bist du? Ich könnte dich wirklich gebrauchen, Leaf. Wo bist du? Ähm. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Seht ihr diesen Namen? David Jacob 98? Das sind Xbox-Spieler. Das kann jemand an diesem Punkt erkennen. Das sind Xbox-Spieler. Und das sind meistens Noobs. Weil Xbox-Spieler sind alles Noobs. Xbox-Spieler haben keinen Skill. Xbox-Spieler sind dumm. Xbox-Spieler sind scheiße. Genauso wie Playstation-Spieler und Nintendo-Spieler. Denn alle Leute, die Shooter auf dem PC, nicht auf dem PC spielen, sind einfach nur unwissend. Und ich sag das mit Fug und Recht, denn es ist wirklich so. Wer Shooter wirklich auf der Konsole bevorzugt, der, äh, äh, das hat nach meiner Meinung irgendwie, keine Ahnung. Okay. Wir warten jetzt am besten ein bisschen, bis dieser Übercharge fertig ist. Hallo, Pyro, brauchst du ein Sandwich? Brauchst keins. Schöner Hut übrigens, sehr schön. Guck mal meinen an, meinen ist auch schön. Nicht wirklich. Ähm, Leaf hier, heil mich. Ich brauch diesen Übercharge. Alter, Leaf, was... Warum? Guck, ist endlich tot. Das ist so einfach was. Und er kriegt noch eine Revenge über mich und wir gewinnen dieses Spiel irgendwann wahrscheinlich. Hoffentlich. Komm, geht auf den Punkt. Das geht schnell. Dann ist es vorbei. Ähm. Und ich glaub, wir beenden auch nachher. Nach dieser Runde gleich mal das Gameplay. Viel Spaß, äh, viel Spaß, äh, was ist mit meiner Stimme los? Keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen der Kelch, tut mir leid. Äh, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wirklich, danke für den Support. Schreibt Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Verbesserungsvorschläge, was auch immer. Ähm. Ich freu mich schon aufs nächste Video mit dem Engineer. Schickt es weiter, favorisiert das Video, liked es, was auch immer, was euch gefällt. Ähm, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Und wir haben gewonnen. Yay. Wie zu erwarten. Wenn man mit solchen Spielern im Team spielt, dann freut das immer einen, weil diese Spieler sind gut. Im Gegensatz zu mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017